Wo bist du eigentlich? Auf welcher Seite der Karte? Auf der Wüste? Bei den Ruinen. Bei den Ruinen hänge ich jetzt gleich. Am Wasser unten oder was? Genau in der entgegengesetzten Richtung, also Richtung meiner Base oder unserer Base. Da sind doch diese Ruinen, da wo wir auch damals Dings gebaut haben. Dingsbums. Aber am Wasser ist es doch direkt, am Flusswasser dort unten, ne? So ziemlich, ja. Ja, okay. Äh, wo ist denn der andere Käfer jetzt? Ich hab da hier grad. Hä? Jetzt. Echt, 10. Juju? Wie viele Streams guckst denn du gerade? Ich weiß nicht, wie kann man bitte zwei Streams gucken? Oder sogar mehr? Ich würde irre werden. Indem du die einen nur guckst und die anderen zuhörst. Oder einem zuhörst und die anderen nur guckst. Daragonia, gute Nacht. Oder war das nicht für dich gedacht? Ah, ich seh so. Okay. Ja, dann mach mal die gewissen Uploads weg, Pau. Dann funktioniert das doch wieder. Bei Downloads, nicht Uploads. Da seh ich dich. Oder, oder stell den Stream ein bisschen kleiner. Was machst du denn hier eigentlich? Und hier steht ein Quetzel, ein Tech-Quetzel auf dem Dach. Sieht sogar geil aus. Dragonia, ab die Post. Dann ab ins Bett um 5 Uhr raus. Ich bin ja noch nicht. Dann ab, der ist ein bisschen leer. Der ist schön, ja. Der ist echt hübsch. Ich wäre lieber für so ein bisschen grün, aber okay. So ein Rot geht auch nicht. Auch, ne, äh, geht auch noch durch. Rot und Schwarz geht komplett immer. Oh, ein Käfer. Ach, guck mal. wie dumm wie dumm wie dumm ja gut wir müssen jetzt mal langsam sandfarben was denkst du ja wo mit der knutschkugel würde ich sagen vor allem hast du eine ja ich habe eine neue gezähmt gestern ich habe da noch nicht mehr drauf geguckt hat mir nebenbei den youtube angemacht und dann ja du bist noch da scheinbar bitte jetzt ganz kurz schnell was in den chat bevor ich es vergesse treffen wir uns bei dir ich habe ein schwertbauplan ja ja so du hast nämlich letztes mal beim also letztes mal heißt vor drei monaten hast du bei einem giveaway gewonnen ja er sie ist da und ich würde das gerne trotzdem noch mal raushauen und dann kannst du mir bitte mal eine zahl von 1 bis 30 nennen please ich habe übrigens ganz neue keys noch dazu geholt die muss sich aber noch eintragen voll voll erschrocken hat er nicht mehr mitgekriegt habe ich doch gestern gesagt sie tun die kriegt irgendwie so die hälfte mit ist das auch tun die bist auch so einer der in den drei streams unterwegs ist die goldene mitte 15 so ok ich will jetzt mal hier loswerden so und da hat er hat jemand aber genau in die mitte gestochen ha 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 das war gut du hast gutes spiel rising storm 2 vietnam plus zwei dlcs also mega paket hat es doch mal gelohnt dass du mal wieder gekommen bist irgendwann irgendwie irgendwann das ist ein fettes fettes giveaway das du da gerade bekommen hast ich bin ja so nachtragend und ich will die giveaways dann auch wenn dann unter die leute bringen also noch mal für die leute die das nicht wissen was es ist rising storm vietnam ist so ein shooter ist aber kann ich mal so schlecht hat eine 108 alamantria von ihr wisst bescheid gz ggw ihr kennt ihr kennt das ich kann gerade nicht schreiben deswegen von mir herzlichen glückwunsch ich muss mal gucken wo ich könnte ich kann ich nicht auf die karte noch gucken ach so wie halte ich denn das ding jetzt fest bitte wenn ich auf die karte mit der einen hand ist egal da muss ich hin hältst du dich jetzt an dem drachen mit den beiden muskeln fest kleines freitsch ja oder wer weiß wo ich den gerade aufgespießt habe mit was ich lande ganz kurz bei kummer dann gebe ich dir das giveaway und dann kannst du wieder in den nächsten 30 wochen irgendwann wieder wieder kommen wo war das denn noch mal war doch hier hat er jetzt links links kannst du mal gucken kannst mich an dass der stream so eine leichte verzögerung bei mir hat ist noch mal so ich weiß noch mal kacki käfer los kacki geht dahin nein du folgst mir nicht machen ich wollte das giveaway wir wollten sondern fahren aber erst gibt es für das giveaway weg so ich flüster dich an ich schicke dir jetzt einen link und diesen link da klickst du drauf und gibst deine kontodaten ein in verbindung mit meine und ich will hoffen du hast viel geld auf dem konto weil sonst kriege ich ja nichts nein du kriegst auf du klickst auf diesen link und dann gibst du doch deine e mail adresse ein und dann kriegst du ein key zugeschickt manchmal dauert das ein paar sekunden manchmal dauert das auch ein paar stunden weiß auch und weiß gar ja warum so ich will mal ganz kurz für die leute mal hier so ein bisschen zeigen was was der dumm die gerade bekommen hat sondern hier im trailer es übrigens wir haben noch ein ziel sand also werfen mal dahin links dann raus dann gehe ich das schon mal umwandeln bisschen sand da ja mache ich sofort 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 also ich schicke mal den link da könnt ihr draufklicken ein bisschen werbung für das spiel macht das ist wendung er hätte auch etwas anderes er hätte auch was anderes gerade bekommen können aber er hat dann das bekommen was brauchst du alles also dass du den sand wenn es dann passt den sand aber die ist kaktus tab brauche ich hier pass auf ich musste die hälfte geben du könntest doch einfach mit dem drachen oder darüber fliegen wo es nicht wo ja wohin muss ich die andere seite da wo die fort steht du hast noch ein häuschen ich gehe da durch warte oh passt da nicht drunter nee du musst ja auch hier hinten hin also ich weiß nicht wo das ding steht hier okay ach so das ist doch das steht nicht draußen das teil nee du kannst ja eh nicht drauf zugreifen glaube ich okay ich komme was näher so ich kann sogar laufen noch na toll jetzt stehst du natürlich im vollen weg geh den kopf weg man mach doch einfach mal das ding aus ja ist egal okay warte mal ich kann dir die ja hier entsperren anlock kannst du jetzt reinlegen da und anstellen hab ich alles da okay einschalten ich weiß nicht ob dir ungefähr 1000 kläden reichen ich weiß nicht keine ahnung ich denke mal schon lachen ist gesund was lache ich lachen nicht es wird sogar mehr als 1000 könnten sogar ganz das deck klären so ich gucke mal ganz kurz dass den trailer selber an auch dass ich mag solche spiele habe ich selber nicht gespielt dankeschön dankeschön für den abo prime und mr stoin fürs vorn und dankeschön und vanessa auch danke fürs vorn und für die für die danke auch fürs vorn und carlos danke fürs vorn warum wird mir das alles nicht angezeigt ich habe das glaube ich irgendwie nicht einfach so mitbekommen weil ich gerade den link gesucht habe oder so oder weil ich mal wieder nicht aufmerksam bin genug koste fast zwei stacks da raus decks ja ich brauche ob ich nur ein oder einfach mit wenn du was machen willst dann lass die restlichen ressourcen hier also dein restliches kopf ja ich mir einfach die einstecken mit uns gut und wenn wir dann hätten eigentlich noch gleich durch das auch noch mit lass ich hier ich komme es mir abholen lass einfach hier offen das teil oder meinst du hier kommt dann jemand hin und und schnabeliert da was ich lass hier nichts offen das ist nichts offen aber ich muss übrigens noch schreiben tun die hat das ding bekommen ich dass ich das hier nachher nicht gerade okay tun die die gold hand was 300 oder 500 300 ok weg ist es vergeben cooles spiel plus die jetzt hier noch dazu 300 und noch ein stack drin ich behalte das nicht meinst du noch ein stack ein nimm lieber mit text wenn ihr wenn ihr was nimm alles mit was daraus jetzt wird ist er gleich durch das ist dein sand das egal und hier ist viel zeugs schiebste hoch ja ich hab's auch okay du kannst das glaube ich nicht ist die noch nicht die stream channel geht das kannst du ja müsste gehen okay hallo papa hey ho hey ist durchgelaufen deckst du sagst was das setzen im chat kann sich einer nicht benehmen im stream kann sich die ganze zeit nicht immerhin der ralf meint hat die leute der ralf ist das glaube ich noch ja genau ja tschüss 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 bis dann he is gone was richtig ich kann ja nicht die ganze zeit hingucken nö also ist auch wurst wir haben vergessen was war nichts sollte das nicht mein türkuleo sein wieso bin ich eigentlich nackig weil ich weiß es nicht der türkuleo habe ich gestern vom dings bekommen ja da hieß es der sollte für mich sein der türkuleo ach so ach so das habe ich nicht mitbekommen bitteschön aber nee ist egal das ist egal du kannst du gerne haben hier will ich schon weil er wahrscheinlich lila ist ich habe keine ahnung hast ein chibi für mich das ist dann du den du hast mir jetzt auch benannt das war ja dieses willi putz glaube ich fast gestern im stream genannt willi putz ich weiß es nicht mehr den 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 dings oder was meinst du den türkuleo ja willi werner klaus eigentlich noch mehr aber der hat jetzt das passt nicht mich wieso kaputt ist eine unverschämtheit dass ich das nicht sehen kann äh wir spielen gerade ragnarok aquas beauty denn schön und shadow moon habe ich eben schon gesagt dankeschön ähm so muss ich ja dass er weg ist der ralf hat eben gerade schon wieder geschrieben ich habe eben schon wieder die nachricht weggenommen also ich sehe eh nicht mehr vielleicht weil du äh atmen bist oder so vielleicht da ist das nächste ja das siehst du ja nicht dass sie nicht die andere das ist blockiert so jetzt aber jetzt ist er ganz jetzt weg bernka gut macht lamias ich habe nicht gelesen sehe ich es komme runter und nicht das komme hoch doch doch der live stream wird noch hochgeladen das war es ist so passiert ich habe nämlich den stream den ragnarok stream letztes mal gemacht und direkt danach kam crystal island als let's play und dann beides gleichzeitig in der ersten folge raus zu hauen war dämlich und deswegen habe ich jetzt erstmal ein bisschen was gesammelt jetzt haben wir ein paar sachen gemacht hier und jetzt wird das in den nächsten tagen raus gehauen das heißt also sehen es werden noch ein paar folgen kommen die jetzt vorne fast vor fast zwei wochen waren aber es macht ja nix das geht ja schnell weil im letzten im 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 stream wird ja eigentlich weniger gemacht als im let's play weniger die videos werden schneller hochgeladen also manchmal eine stunde oder sowas immer so stundenfolge oder so also hallo krus haben da ist irgendwas zu zähmen ich habe irgendwie bock irgendwas zu zähmen irgendwas in türkuleo wäre ganz cool nein ich habe nicht nur so gesehen 120 juli ich glaube ich glaube er war 108 ist alles gestorben es ist eine schande gewesen echte ja weil ich weil wir vergessen haben ich du hast es ja auch vergessen ein paar denke ich mache das nach sieben tagen das alles weg ist glüben gute nacht und tasche gut nacht gute nacht 2 schlaft schön na dann dex suchen wir mal was ist dein lieblingstier in real life ich würde ja eigentlich sagen ich selber im spiegel die faule sau ich bin doch gerade von der base gerade weg geflogen aber wieder zurück ich muss mal ganz aus meine fackel reparieren meinst ich habe das material da nie lass mich vorbei lass mich vorbei wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du oh leck oh nein der hat nicht getroffen ähm auto ja wir spielen noch auf dem auf dem crystal island server aber nicht fix also der fixe server ist der ragnarok server und wir werden immer hin und her travel wenn wir mal dort wie jetzt hier so in wand mal irgendwelche tiere holt oder sowas so akku mal was meinst du bist du was ist los da wo mein neues gebäude ist da stehen drei kleine 10 fallen kommen dann mal bitte hin das neue gebäude das müsste das da hinten sein ich muss mal ganz kurz hey stocke putz wo bist du denn hin kann man da soll ich hinfliegen oder soll ich hinlaufen und na ich würde noch nicht reingehen weil ich treffe gerade nicht laufen ach so du hast was gefunden welchen level hatten der 804 irgendwie so wenn du es nicht willst nehme ich es auf jeden fall weil ich finde den ganz hübsch jetzt kann es her laufen und ich habe keine ahnung wo das ding sein soll hinten dahinter irgendwo ja schon drin aus den drei fallen und sehe ich gerade bist du freundlich weibchen oder nämlich nur so ich schieß mal am anfang noch ein bisschen mit sieht aus dem türk der will aber auch hier rein oh gott ich will hier rein ich will hier rein jeder rein ja geht da rein und hast du 76 76 ähm 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 ne das problem ist äh das problem muss erst epic mit steam lösen dass es möglich ist auch bei epic mit mods zu spielen oder besser muss epic selber lösen nicht steam lösen dankeschön ja ich habe meine fackel konnte ich nicht mehr reparieren die ist mir kaputt gegangen und wenn das nämlich gelöst ist wenn es dann mods bald bei epic geben wird dann kann man auch probleme das auch auf unseren servern spielen wo eine mod drauf läuft kein problem die portal hat das auch schon angeboten es gibt jetzt auch schon epic server also server mein ist irgendwie voll stark ne ich habe keine andere das habe ich nicht aber ich jetzt auch zu schießen damit ich nicht den jetzt jetzt möchte dex von tüler gezähmt ja aber erst mal akku mal dran da liegt da liegt er nicht doch die wohl noch ein bisschen ich gebe die motorsäge zurück ich bin der wüste das regnet trotzdem aber jetzt hier aber warum das denn pico 6-1 halböschen wie habe ich eigentlich noch nicht begrüßt wer ist denn hier schon im chat und aktiv und hat kein hallo von mir bekommen ich mag denn sie ich mag denn sie gehen sie erst nach sie ist das ist eine daisy daisy das gutes spiel daisy ist auch ein spiel jetzt hat es alles sei los hallo 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 kazzari fangen wir ja von gestern an wieder das gleiche wo ich jetzt allen hallo sagen muss und dann schreiben wir alle alle dreifach und sechs wach und ich muss dann immer so mal ist das in 72 hast du jetzt kann um die ecke gezählt oder was nein ich habe noch zwei bei mir stehen ich will sogar mit einem mit einem 22 72 weg geflogen die gleiche farbe hat und kommt um die ecke wir mit einem 6 und die süße wie sich wie sie noch mehr na ja sieg und da danke schön wofür noch nicht gucken mal in die smith da liegt vielleicht noch einer drin oder ich bin hier schon hatte hier in den sattel links vielleicht schon reingehaut ich habe mir gerne vorlesen ich habe aber keine ahnung wie der überhaupt gelesen wird keine ahnung irgendwie so ich habe manchmal habe ich ein paar probleme ich könnte das nicht gelesen was ist das war eine kreatur neben dir das ding da der kollegio dass die kreatur er hat ich kenne schöne kreatur eine graziöse kreatur dankeschön ich wollte ich wollte gerade schon betteln kommen bitte bitte zurück zurück hau mich mal ne geht nicht du brennst ja nicht mal ach hier vorne ist hier vorne ist holz ich will mal schnell mir eine fackel kraften das kleine ding was hinter mir her läuft das sind tue ko leo baby welchen liegt da jetzt drin der liegt hier in dem ding drin meiner hinteren da ja ja das war knapp und ist aber hübsch verdammt und man besser den haben ist ein männchen ne ich bleibe bei meinem weibchen diese vom level ist der gleich 4 komm mal hau drauf schießt die kollegen sogar die haben so doofen zähne aber es ist es ist wirklich so ne soll doch für dich sein oder nicht welcher oder willst du das männchen nicht ne ich bleibe bei dem hier weißt du ich reite doch lieber auf weibern man das weißt du doch ich bin auch im tf marci das ich ist übrigens die rainbow paul oder in dem stream steam stream schätzt und knusper fuchs hallo marci für die kleine für den kleinen der hatte da hat den namen bekommen willi werner klaus das kann ich das eigentlich nicht noch mal nachlesen wenn du drauf gehst mit der muss nee passt aber nicht mehr war zu lange hat glaube ich sechs namen gehabt oder so tech-rex-sattel und t-rex-sattel ist aber das gleiche sie aus wie gar fehlt ja so ein bisschen sieht aus wie gar fehlt bist du böse dadurch dass das ja männchen und weibchen sind kriegt der jetzt hier weniger schaden weil er noch beide sozusagen wild sind ja und made boost und deswegen hat er mir auch die klamotten weg gefressen macht ja auch dass er weniger topo durch die pfeile kriegt umbro hat den größten feind in a geradet wem hast du den geradet und was habt ihr so getan erzähl mal auf welchem öffentlichen server spielte denn oder was du zwar überhaupt hallo alpha übrigens ist sie aus wie gar viel zu ein bisschen ja könnte man sagen aber jetzt so jetzt gerade beim händischen tag nicht mehr hallo somit doch die waffe weg wenn ich denn jetzt solche was von mir hier geben noch mal was du mir gegeben hast ich habe noch jetzt habe ich ja du könntest auf den tüler kolle jetzt erstmal aufpassen das ist aber sonnenschein hast du zwei accounts oder sind es zwei gleiche die mit dem gleichen namen rumlaufen einmal sonnenschein und einmal sonnenschein 75 ich weiß gerade nicht ich weiß gott nicht was sache ist guck mal ob ich noch was höheres finde ich bin auf dem pc ja wie ich bin auf pc ein cyber tools ein goldstein gamida hat mir gestern mit dem kippel das zähm gerettet den zähm abend extra war ein goldstein kennst du das noch text äh mystical flame ach so ja bei wixi ich muss gerade überlegen äh mystical flame dankeschön und riri nee riri bift dv bift keine ahnung danke fürs verloren dv bift bt stat Satz. Nein, nein, nein. Ähm. Ja, sprich dich aus. Äh, ja, später. Okay, okay, okay. Oha. Oha, hauaha. Eigentlich müssten wir uns mal ein neuer Haus sehen. Oh Mann, musst du das noch machen, ey. Ich hab, ich hab, ich hab eben schon einer angelaufen. Ja, freute sich die Lachter die ganze Zeit. Ja, also das find ich super. Minchuki, dankeschön. Grad eben kam einer angelaufen, das war ich Dex. Ja, nein, eben kam's ja auch noch den Wilden, weiß das nicht mehr? Der hat doch was bei dir kaputtgebissen. Achso, ja. Der kam ja auch noch und dann kamst du und dann kam noch die... Ja, ihr macht mich heute wirr. Wirr. Biddygore, Ohrwurm, genau. Ohrwurm incoming. Dickste Popo und dann hab ich mich getroffen. Dann schieß ich die eben in den Kopf. So. Headshot. Knoppy, 1992, dankeschön fürs Vorderen. Schweine will ich jetzt nicht anschießen, Schweine sind... penetrant ich habe haben die anderen auch ein live stream und glaube ich nicht aber ein paar andere hier bei uns mit kurz überlegen muss ich bringe was hübsches mit es ist braun ich meine jetzt nur ihr red wird es ist braun da freuen sich alle ja weil momentan ihre lieblingsfarbe ist ja braun ist eine schöne farbe ja ja schau mal ein abguck ja viel spaß beim zocken so welche kiste weiß noch frei die hintere die an dem stein ist da wo finden die alle hast du irgendwo eine box gefunden oder was ist kein ist kirkus müssen wir sind doch 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 ich bin hier weg ich gehe rein ich zähle mich auch in the box also ich bin in der box und erzählen wir dich in und out zeit und um zeit so viel schaden läuft schon weg feigling kommento warum drehst du in dem moment haben wir den haben wir achten ich kann ja nicht so ein bisschen ja ich müsste jetzt eigentlich den berg wieder runterlaufen bergziege würde ich den auch nennen da liegt ja der letzte schuss war es kleine zecke du doch ich nenne ich jetzt einfach doppel weil ich kenne ich kann dann laden leider den namen nicht lesen doch doch so bleibt das jetzt doch wenn ihr die 10 videos gefallen haben und geholfen haben das ist das beste und das wichtigste und meine videos sind ja echt schon was veraltet meine herrne ich müsste mal wieder ein remake machen aber das dauert immer so lange aquas beauty auch dir wenn es dir gefallen hat sehr schön die staffel 10 hat das richtige geguckt aber ich kann ich kann ja auch immer ich die anderen staffeln auch empfehlen sind alle gut kann mir staffel 1 immer noch nicht angucken du kannst sie dir immer noch nicht angucken nein mir wird schlecht wenn ich dazu guck warum wegen dem blumeffekt den du an hast permanent eine runde mitleid wo mein telekollegen macht gleich auf frisst 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 der zeugs muss ich jetzt eigentlich nachher nicht ein bildes vergessen ja und wenn dann liegt ja auch bei euch ganz gut naja gut er sei jetzt mit ja und triffst darauf im druck denkst boomstar heißt das denn jetzt allianz danke das hätte jetzt gedauert ja ja er war auch schon unterhälfte titan remake ich weiß nicht ich will das nicht irgendwie remaken weiße dino das sagen wir so viele dicks macht doch mal titanosaurus remake aber ganz ehrlich das möchte ich irgendwie gar nicht weil die nase juckt mir aber heute echt ich werde verrückt ich finde ich finde das video so wie es ist genau richtig ich müsste dann den witz wachs und den 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 grave noch mal dazu zu bringen arg zu installieren aber ich glaube das machen sie nicht das großartige Untertitelung des ZDF, 2020